Michelle belegte den siebten Platz im Mehrkampf bei den deutschen Meisterschaften, war Finalistin am Sprung und belegte den sechsten Platz am Stufenbarren beim Weltcup in Ljubljana. Und das dürfen wir jetzt nicht vergessen, Frau Potzen hat sie auch mit der Nationalmannschaft in Stuttgart geturbt, wo sie mit der Mannschaft den dritten Platz belegte. Und am Ecken bereitet sich jetzt vor Brian Blano. Brian Brunsch mit Jörg von Sebastian Faust.